Orange the Bird ist eine Kampagne der UN seit 1991 und seit 2008 durch den UN-Generalsekretär. Es geht um die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Es gibt einen zentralen Tag, das ist der 25. November jedes Jahr international, weltweit. Im Grunde ist es aber ein Zeitraum bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, wo durch verschiedene Aktionen auf dieses Thema aufmerksam gemacht werden soll. Für Deutschland finde ich es eine erschreckend imponierende Zahl, wenn man weiß, dass 70 Prozent der Mädchen digital Gewalterfahrungen gemacht haben und jedes zweite Mädchen tatsächlich Erfahrung sexualisierter Gewalt im Netz gemacht hat. Das finde ich sehr erschreckend und ich glaube auch, das ist etwas, wo wir ganz genau hingucken müssen im Rahmen von körperlicher und psychischer Gesundheit der Betroffenen. Neun von zehn Frauen weltweit haben Angst, im öffentlichen Raum auf Gewalt zu stoßen und ein Großteil findet aber tatsächlich hinter verschlossener Tür statt. Und gerade wir Ärztinnen und Ärzte sind in einer Situation, wo wir Patientinnen begegnen, einem vertrauten Umfeld, wo über dieses Thema gesprochen werden kann, unter der ärztlichen Schweigepflicht, wo also ein besonderer Schutz noch mal gegeben ist für die Betroffenen und wo wir auch von uns aus aktiv, wenn wir uns dieses Thema bewusst machen, auf Frauen und Mädchen zugehen können, sei es in der Kinderheilkunde, in der Jugendmedizin, sei es in der Gynäkologie, aber auch in der Notaufnahme, sei es in der allgemeinmedizinischen Praxis. Also an ganz vielen verschiedenen Stellen werden wir immer wieder Patientinnen begegnen, die von diesem Thema betroffen sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dem eine Stimme geben, dass wir laut sind, auf das Thema aufmerksam machen, damit es nicht irgendwo heimlich hinter irgendwelchen Türen verschwindet. Wir müssen, und das ist das, was auch in den UN-Schriften immer deutlicher wird, uns ein bisschen davon abwenden und sagen, es sind nur Frauen und Mädchen, sondern es geht tatsächlich um geschlechtsspezifische Gewalt, es geht auch um die große Gruppe der queeren Menschen, die betroffen sind. Und auch die müssen hier sehr sorgfältig beachtet werden und geschützt werden. Ich glaube, Ärztinnen und Ärzte sind ja immer ein Spiegel der Gesellschaft auch. Das heißt, sie genießen weltweit ein sehr hohes Ansehen. Und wenn sie sich für dieses Thema einsetzen, bekommt es nochmal eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Ein großes Thema ist ja immer das Victim-Laming, das heißt, dass plötzlich vermeintliche Opfer zu Tätern gemacht werden. Und gerade da, glaube ich, ist es wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte hinschauen, den Opfern eine Stimme geben und sie bestärken in ihrem Vorgehen gegen vermeintliche Täter. Ein anderes Problem ist, und das finde ich auch wichtig, das trifft uns auch als Institution, es gibt eine Untersuchung aus 125 Staaten, wo Journalistinnen befragt worden sind und 23 Prozent der befragten Journalistinnen gesagt haben, dass ihnen im Rahmen ihrer täglichen digitalen Arbeit Gewalt begegnet ist. Etwa 18 Prozent haben gesagt, in Form von sexualisierter Gewalt. Und letztlich sind von den Betroffenen 30 Prozent haben sich zurückgezogen, äußern ihre Meinung nicht mehr laut, nehmen nicht mehr öffentlich an Debatten teil, geben ihrer Meinung keine Stimme mehr und ziehen sich zurück. Und genau das darf in einer demokratischen Welt auf keinen Fall passieren, dass plötzlich Frauen und Mädchen sich zurückziehen und ihre Meinung nicht mehr kundtun. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch als eine große Institution, wo es um Meinungsbildung und Meinungsäußerung geht, dass wir uns diesem Thema stellen und widmen. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun. Und dann wird es um ein bisschen mehr kundtun.